so und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich zu einem neuen video von linux windows und mac hilfe ihr habt wahrscheinlich schon gesehen bei anderen youtuber oder auch im internet es gibt die jetzt die open source 15.5 versionen ich nenne es jetzt mal ein kleines upgrade von der 15.4 also so riesen neuerungen bahnbrechend das wird es nicht geben aber doch die eine oder andere kleine neuerung da kommen wir aber im grundlagen video wieder dazu heute möchte ich gerne zeigen wie wir die ganze sache installieren wie immer hier in einer virtuellen maschine clean also quasi es ist kein betriebssystem vorinstalliert und ich versuche es so einfach wie möglich zu machen damit es hier wirklich jeder versteht und noch nachvollziehen kann und versucht daher auch auf gewisse sachen nicht groß einzugehen die vielleicht zu kompliziert sein könnten zudem hoffe ich dass es euch gefällt schreibt mir mal in die kommentare was ihr vielleicht noch für wünsche habt wo ihr noch bock hättet videos zu sehen dann schreibt dann werde ich mir das mal notieren auf jeden fall fangen wir jetzt einfach mal an und zwar sind wir hier im auswahl menü wir haben von der dvd oder von der cd bzw ich mein usb stick auf der cd passt das ganze gar nicht mehr gestartet und so sieht das ganze aus wie wir isos auf usb sticks brennen habe ich euch hier oben verlinkt klickt auf sie da will ihr es sehen das ganze mit wendt ziemlich ziemlich easy so zuallererst mal können wir hier natürlich die sprache auswählen ich drücke die f2 taste dann wählen wir deutsch ihr seht hier unten übrigens noch dass wir hier die sprache auswählen können das finde ich persönlich ganz gut genauso wie verschiedene andere sachen wie zum beispiel im video modus die quelle den körner den kann man nämlich auch entsprechend einstellen oder eben mit welchen treibern oder 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 dann haben wir hier verschiedene punkte zum einen natürlich mehr nur wir haben zum rettungssystem linux system booten installationsmedien überprüfen oder auch hier ein speichertest wir können upgrade durchführen dazu komme ich in einem anderen video aber noch darauf zu sprechen wir können das ganze installieren oder wir können von der festplatte booten wenn da noch ein system drauf sein sollte wir klicken auf installieren da wir ja das ganze installieren möchten auch wir können by the way nicht in einen live modus starten das gibt es so zumindest nicht hier in dieser iso also wir können nicht in den live modus starten das einfach noch damit ich das erwähnt habe sollte da eine oder andere fragen ich meinte das würde ein live ein spezielles live medium geben aber das hier ist tatsächlich das installationsmedium mit dem wir das ganze nur installieren können jetzt werden die basic treiber geladen ihr seht hier den grünen balken den gab es damals schon bei open source 11 meinte ich solange kenne ich open source tatsächlich schon also ich kann oben so sehr sehr lange habe es auch tatsächlich eine ganze oder ein oder sogar fast zwei jahre lang als hauptsystem genutzt bis ich dann tatsächlich doch wieder zurück zu windows bin so jetzt lädt er hier die basic treiber es kommt natürlich auch da immer wieder so müssen darauf an jetzt wird hier die hardware erkannt was für ein system ihr habt also welche hardware ihr habt denn je nachdem was für hardware ihr habt kann es sein dass das system schneller lädt und auch langsamer lädt durch dass ich das ganze hier in einer virtuellen maschine macht mit vier kernen und acht gigabyte ram ich denke mal bei euch zu hause dürfte das ganze wesentlich flotter laufen dann haben wir auf der linken seite hier alle sachen die er quasi macht also wir haben quasi eine schöne anleitung wie er was er und so weiter und das finde ich richtig cool denn gerade auch vereinsteiger man sieht eigentlich immer aufgrund dessen hier zum beispiel automatische netzwerk einrichtungen man sieht quasi immer wo ist er was macht er gerade und das ist halt richtig richtig toll weil es einfach auch ich glaube auch für den wer sie auch für den einsteiger auch so ein bisschen die angst nimmt und das ist halt eine richtig richtig gute sache jetzt haben wir hier die lizenzbett vereinbarungen die lesen uns natürlich alle hier ganz gut und schön durch dann klicken wir hier auf weiter wir können im übrigen auch hier die tasten belegung tastatur belegung und auch die sprache einstellen natürlich german deutsch tastatur belegung ist deutsch wir können das ganze hier noch testen wenn wir wollen muss ich jetzt nicht wir klicken hier auf weiter da ich das ganze ja weiß wie die tasten wie die tasten aussehen jetzt werden wir gefragt hey es gibt auch sogenannte online repositories wo wir zum beispiel noch ein paar ja mehr mit an software installieren können wollen wir das jetzt oder nicht ich in meinem fall sage ich möchte dass es in dem fall zum beispiel nicht da ich das ist in dem aktuellen beispiel ziemlich braucht man kann es nach in nachträglich einrichten dazu komme ich aber dann in einem separaten video dazu noch dann können wir hier die benutzeroberfläche auswählen zum einen hier in server können wir auswählen wir können aber auch hier allgemeiner desktop auswählen oder xfc gnome wobei ich bleibe hier ganz klassisch bei kde tatsächlich man kann aber auch natürlich gnome oder xfc nehmen je nachdem was ihr wollt ich klicke hier auf weiter da müsst ihr natürlich für euch so ein bisschen selber entscheiden was wollt ihr wie wollt ihr es und so weiter jetzt haben wir hier eine ja eine übersicht was er macht wie er es macht und ihr seht schon als datei system kommt btrfs zum einsatz das ist vor allem für snapshots bekannt wenn wir diesen kann man richtig cooles snapshots vom system anlegen ähnlich wie time machine wir klicken hier auf weiter da er das so und schon richtig gut angezeigt hat und ich persönlich bin der meinung hey das reicht wunderbar da brauchen wir auch gar nicht mehr dann rechner auf utc zeit umstellen das ist okay genauso wie europa deutschland das ist okay wir klicken auf weiter jetzt will er den benutzernamen in meinem fall natürlich linux windows mac hilfe und natürlich das entsprechend sichere passwort und zwar für den systemadministrator soll das gleiche passwort gelten ich an eurer stelle würde ganz klar beide passwörter unterschiedlich machen und relativ stark großbuchstabe kleinbuchstabe sonderzeichen damit das wirklich sicher ist und damit kein irgendwie heinz deinstel meinetwegen reinkommt so wir sagen also hier und die automatische anmeldung ist für mich in ordnung wir können natürlich auch das ganze überspringen würde ich jetzt aber nicht machen denn wenn wir das hier schon machen können warum auch nicht so klicken wir auf weiter jetzt sagt er das passwort ist so einfach ist mir egal ich sag ja und hier können wir nun verschiedene sachen noch ergänzen hier zum beispiel den systemstart da kann ich zum beispiel noch gewisse sachen einstellen zum beispiel hey will ich einen bootloader hier installieren oder nicht das kann ich machen hier für efi oder eben nicht also kann das ganze entsprechend einstellen dann habe ich den kernel parameter oder eben hier die bootloader option und zwar zeitüberschreitung in sekunden das heißt also nichts anderes wie die menüs die euch auf poppen da könnt ihr hier entsprechend das ganze einstellen dazu komme ich aber noch in einem anderen video dazu wir können aber auch hier den bootloader mit einem passwort schützen also ihr seht das ganze ist doch richtig richtig toll wir klicken uns auf ok dann beim punkt software auswählen können wir noch uns entsprechende software nach installieren wir sehen hier den freien festplatten platz und den gesamten insgesamt 14 prozent belegt ich klicke auf abbrechen da ich nichts weiter installieren möchte wir haben hier noch so sachen wie den punkt sicherheit dann haben wir hier natürlich die cpu oder auch eben hier verschiedene andere sachen also wir haben hier auf jeden fall die fireball aktiviert genauso wie den ssh dienste aktiviere ich genauso wie den ssh port den brauche ich ja nicht denn ich greife ja nirgendwo auf was anderes zu oder möchte zugriff bekommen oder umgekehrt deswegen ist das hier weg ausgewähltes modul hier für die hauptsicherung app amor geht natürlich auch über se linux aber ich lasse es jetzt jemand über app amor wir klicken auf ok und wir haben noch eine netzwerkkonfiguration wo wir noch ein paar sachen einstellen können zb den hostnamen oder ein routing wenn wir das möchten wir klicken also auf zurück sagen installieren jetzt werden wir da auch mal darüber hingewiesen dass alle daten vielleicht sogar überschrieben oder gelöscht werden das ist uns aber wurscht wir klicken auf installieren da wir das ja genau möchten und jetzt seht ihr hier wird das ganze open source lieb installiert wir sehen hier fünf über fünf gigabyte werden jetzt hier noch an paketen installiert da aber die meisten wahrscheinlich für euch eine größere festplatte haben wie fünf gigabyte sollte das dadurch kein problem sein ich gehe jetzt einfach mal davon aus die meisten leute werden so festplatten haben in größe von ja zwischen 256 gigabyte ssd bis hoch zu vier terabyte ich glaube in dem range bewegt sich bewegt sich alle ich persönlich habe aktuell eine 512 gigabyte ssd drin noch eine sata werde aber wahrscheinlich bis ende des jahres auf eine 1 oder 2 terabyte m.2 ssd aufrüsten vielleicht auch schon mit einem neuen computer mal schauen das hier dauert natürlich einen kleinen moment so jetzt sind wir eigentlich so gut wie fertig weil ihr seht die installationseinstellungen werden gerade gespeichert das hat jetzt so ja gut und gerne mal eine viertel stunde gedauert es kommt natürlich immer wieder auch darauf an eben macht ihr das in der virtuellen maschine mit nur vier kernen oder hat das ding halber threading oder 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 das sind so viele faktoren aber der größte faktor oder zwei der größeren faktoren sind definitiv ssd und ein schneller prozessor beziehungsweise mit genügend kern so dann system wird neu gestartet da klicken wir auf ok wir können das natürlich auch abbrechen klicken können aber wozu deswegen startet das system jetzt gerade neu und wir sehen hier oben so sie lieb starten wir das ganze hier mit dem linux können 5.14.21 und wir sehen hier kommt lieb zum vorschein das ja jetzt mal die etwas die die boot animation die kommt es aber schon bekannt vor so und er hat es jetzt auch schon in die größe gezogen das ist doch herrlich wunderbar und wir haben oben suche lieb 15.5 installiert woran wir das erkennen können nun wir können hier unten auf start mal klicken und dann geben wir einfach mal assist ein und dann gehen wir auf das infozentrum wir haben hier lieb 15.5 installiert ich hoffe das video hat dir gefallen schreibe noch mal in die kommentare wie es dir gefallen hat würde mich mal sehr freuen auch von dir feedback dazu zu kriegen danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal und tschüss